Ja, die News der Woche sind wieder am Start. Im Hintergrund sehen wir erstmal ein Gameplay von Roma9894. Es ist ein, was war da, 29 zu 1 auf Laborkarte... Ja, jedenfalls die kleine Laborkarte. Ich glaube, das ist ein 9, da bin ich ganz sicher. Ich glaube, Laborkarte 9. Ja, gutes Spiel von Roma, natürlich ein Rampant. Und, ja, kommen wir zur ersten News, und zwar Thief. Ja, Thief, ein Schleichspiel um einen Meisterdieb. Äh, da kommt jetzt die Neuauflage raus für die Playstation 4. Ich glaube, es kommt da für die Xbox One, da bin ich ganz sicher. Einmal noch nachgucken. Ja, für den PC, PS4, PS3, Xbox One und 360. Ähm, in dem Spiel wird es keine Quicktime-Events geben. Gar keine. Das ist, finde ich, ganz geil, weil ich finde, sowas regt mich in den Spielen immer auf. Quicktime-Events geben mir einfach nur auf den Sack. Ich finde es aber unnötig. Ich weiß nicht, was das soll. Vor kurzem wurde auch das Erfahrungspunktesystem, äh, einfach komplett nochmal verändert. Für die es vorwissen, ich weiß nicht, wie es vor aussah. Das steht hier nur so auf Spiele-Tipps. Seaf habe ich noch gar nicht so mit beschäftigt. Aber, interessiert mich auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen wie Dishonored. Äh, es wurde noch gesagt, dass man nicht schwimmen kann. Und es werden Hardcore-Modus geben, wo man selbst einstellen kann, was es so geben soll. Zum Beispiel, wenn man stirbt, dass das Spiel vorbei ist. Das ist natürlich sehr hart. Ja. Äh, und was noch interessant ist, dass man das Spiel nur in der Ego-Perspektive spielen kann. Finde ich ein interessanter Schritt. Das macht das Spiel natürlich nochmal deutlich schwerer. Aber, ich finde es gut. Was auch gut ist, ist GTA 5. Da kommt jetzt bald, äh, neues DLC, was auch kostenlos ist. Und zwar, also erst kam mir gerade vor kurzem die Entschädigung, die ja alle bekommen haben, außer ich, weil das Spiel erst das Spiel gestartet habe online. Jedenfalls, das DLC ist das, äh, Strandliebhaber-DLC. Es beinhaltet zwei neue Waffen. Einmal Billigknarre und abgebrochene Flasche. Also, ich beziehe mir in den Newsletter von Spielertipps. Äh, vier robuste neue Gratisfahrzeuge. So steht das hier wörtlich. Was das genau ist, weiß ich nicht. Einmal ein Buggy irgendwie. Äh, ein Geländefahrzeug. Ein Campingbus und ein Rennboot. Neue Aufträge. Ja, und natürlich alles, was es sonst mal gibt. Von Kleidung, Frisuren und Tattoos. Alles Mögliche. Äh, ich muss mein Zahn wieder ausmachen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich schlag den Rab. Ähm, ja, es gibt alles Mögliche von neuen Tattoos halt, wie schon gesagt. Äh, es gibt, es gibt Zottelfrisuren jetzt. Es gibt Surfklamotten und auch Shorts. Ja, das kann man, den ganzen Kram, den kann man im Single- und Multiplayer verwenden. Also GTA Online und in GTA 5. Äh, die neuen Aufträge stehen hier auch beschrieben. Ich glaube, die muss ich jetzt aber nicht alle genau ausführen. Jedenfalls gibt es einige neue Missionen. Es kommt, ist halt, und das DLC ist kostenlos. Und kommt wahrscheinlich mit dem Patch 1.06. Ja, das nächste Thema ist Fallout 4. Da gibt es Hinweise, dass es vielleicht kommt. Und zwar gibt es eine Seite. Die verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Äh, die 26 Tage runter zählt. Und zwar Syssurviver2299.com Ähm, ja, der zählt jetzt hier drunter. Im Hintergrund hört man noch so ein Piepen. Hier, was ich bei Spielertest, ist er als Morsi-Code bezeichnet. Und das, äh, so der Dateiname steht hier. Aber das Morsi-Code hat wohl irgendwie noch mit einem Fluss in Boston zu tun. Und im letzten Jahr wurde wohl schon mal gesagt, steht hier, dass, äh, Bethesda-Forschung in Boston betrieben hat für Fallout 4. Also, das ist natürlich interessant. Aber natürlich könnte das natürlich auch eine Fake-Seite sein, ganz klar. Also, das kann natürlich immer sein. Ähm, aber... Es ist halt kein Link zur Bisesta gar nichts. Einfach nur dieser Code, der da runter zählt. Wie schon gesagt, ist es in der Beschreibung. Ihr könnt euch das angucken. Macht vorher Kopfhörer leiser. Ich habe ja mein Herzinfarkt gekriegt, hat ihn rumgepiepelt mir da rund. Äh, irgendwas ist auch noch in dem Quellcode zu finden, steht hier. Äh, und zwar irgendwie ein YouTube-Video, was man auch nicht öffnen kann, und so weiter. Das ist, äh, leider etwas kompliziert. Auf jeden Fall, guckt euch die Seite mal an und macht euch selbst ein Bild dazu. Äh, dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar, ähm, Middle-Earth Shadow of Mordor. Das ist ja das neue Herr der Ringe-Spiel, was von Warner Bros. entwickelt wird. Da ist jetzt bekannt gegeben worden, dass der Entwickler Monolith Productions an dem Spiel mitarbeitet. Das ist der Entwickler von 4, 1 und 2. Mordor soll auch nicht so finster sein, wie in dem Film, steht hier. Bin ich auch mal gespannt, da ich Herr der Ringe sehr gern mag. Werden wir sehen, was sich daraus entwickelt. Außerdem kann man jetzt, äh, da haben die Feinde jetzt, sag ich mal, alle, ähm, ja, in eigenen Namen. Und wenn es ein Feind überlebt, dann kann er sich auch weiterentwickeln und die später auseinandernehmen. Ja. Äh, dann Call of Duty Ghosts. Das wird auf der Playstation 4 mit 1080p laufen, anstatt 720p, wie es auf der Xbox ist, halt. Das ist sehr geil, aber, ob es jetzt einen riesen Unterschied macht, das weiß ich nicht. Also ich glaub, das sieht sich sehr ähnlich im Nachhinein, aber, ist trotzdem schön, dass auf der Next-Gen, ähm, auf jeden Fall auf meiner Konsulte nachher der PS4 in 1080p läuft. Ja, kommt zum letzten Thema, ein kleiner Hinweis. Ein Video packt in die Beschreibung, da hat nämlich ein YouTube-Kanal, äh, in, in der USA, da gibt's die PS4 mittlerweile, wie ihr aus den News-Spezialen wissen solltet. Äh, die haben mal die PS4 genommen und mit dem Kaliber 50 draufgeschossen. Ja, gönnt ihr mal. Das Ding ist zerfetzt, wie nix gut ist. Könnt euch mal angucken, mit ner M82A1 hat das Ding umgehauen. Und ja, das war's schon wieder mit den News. Äh, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würd sagen, äh, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschüss!